Hey Leute, was geht? Wirtalsen Fitness hier und herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video habe ich euch eine Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar ist es dieses Päckchen hier von einem treuen Subscriber und zwar vom Polar. Wer ihn auf Facebook kennt. Polar. Nachnamen. Also den Nachnamen, den er angegeben hat, sage ich jetzt nicht. Und zwar hat er mir seinen Polar Pump geschickt. Ich habe so glaube ich das Gefühl, der will mich umbringen. Und zwar ist das ein Trainingsbooster. Ein selbstgemachter Trainingsbooster und darum geht es auch in dem heutigen Video. Und zwar besteht er aus 6 Gramm Citrullin-Malat, 5 Gramm L-Aginin, 5 Gramm Tyrosin, 4 Gramm Taurin, 500 Milligramm Guarana Extrakt, 5 Gramm Beta-Alanin und 400 Milligramm Koffein. Und ja, ihr wisst ich nehme für gewöhnlich keinen Booster. Aber der Polar hat gesagt, ich schicke dir den mal vorbei, dann machst du ein kleines Review oder ein Video dazu. Wie kann man sich einen Booster selber mischen? Weil viele Leute gehen ja jetzt hin und kaufen ihre Booster immer fertig. Und da ist eben das Problem, das Problem hatte ich auch früher. Früher habe ich mir auch Booster selber gemischt. Ähm, von den einen Komponenten ist es genau richtig drin, von den anderen Komponenten ist es zu wenig drin. Und theoretisch müsste man immer noch was dazu etten. Und, das ist natürlich eine preisliche Frage, das werden wir uns am Ende vom Video angucken, kann man, wenn man sich selber einen Booster spart, Geld sparen? Oder kann man sich keinen sparen? Kein Geld sparen. So, und das wollen wir uns angucken. Und jetzt erstmal, ähm, zu den Wirkstoffen. Ähm, also ich nehme ja normalerweise keine Booster, für mich sind die Grammanzahlen wahrscheinlich zu viel. Ich werde es nachher nehmen und werde dann mit ins Training gehen. Aber es kann gut sein, dass ich, ähm, total gegen die Wand klatsche. Ähm, ich bin mal gespannt. An sich sind die Werte mir echt ein Ticken zu hoch. Ähm, also wir haben drin Citrullin. Ja, L-Citrullin. Ist es L-Citrullin? Ne, ich glaube es ist doch L-Citrullin. Malad. Ich meine L-Citrullin, ja. Und zwar, ähm, was bewirkt L-Citrullin? Also das ist jetzt eine neuere, ähm, Aminosäure, oder was heißt eine neuere Aminosäure? Aminosäure ist jetzt ein neues Supplement ähm, in der Fitnessindustrie. Das wurde jetzt vor kurzem erst entdeckt. Und zwar soll Citrullin eine ähnliche Wirkung wie, ähm, L-Aginin oder Aginin haben. Nur es soll, ähm, länger im, im Körper bleiben. Also es wird nicht so schnell abgebaut über den, den Harnzyklus wie Aginin. Das heißt, ähm, es führt zu einer Erhöhung des, des Pumpes, ja. Das heißt der Durchblutung, eine Verminderung des Blutdrucks. Und, ähm, was ich mir, was ich auch noch, ähm, meine zu wissen, es hat positive Wirkungen. Äh, das, das lassen wir erst mal. Auf jeden Fall, äh, soll es den Pump erhöhen. Und in Studien wurde gezeigt, dass es auch die, die Kraft oder die Leistungsfähigkeit, ähm, nach ein paar Wiederholungen, ein paar Sätzen, steigern soll. Also im Vergleich zu Leuten, die es nicht nehmen. Ich halte mich da raus. Das wurde in irgendwelchen Studien bewiesen. Ich weiß nicht, wie, äh, wie, wie, wie safe diese Studien sind. Äh, Ja, genau. L-Agenin auch, ähm, für den Pumpen. Es ist ein Stickstoffbooster. Das heißt, ähm, es erweitert die Blutgefäße. Somit, ähm, wird die Durchblutung erhöht. Ihr habt einen geilen Pumpen im Training, wem das wichtig ist. Ähm, die, die Nährstoffzufuhr wird verbessert, ja. Und, ähm, ja, an sich quasi auch wie, wie L-Citrullin. Es wird halt nur schneller abgebaut. Das heißt, L-Agenin. Und L-Agenin muss immer wieder neu produziert werden vom Körper. Ähm, was haben wir als nächstes? Tyrosin. Ähm, soll auch eine positive Wirkung auf die Gehirnaktivität haben. Das heißt, es erhöht auch wieder den Fokus. Was hat er noch drin? Taurin hat er drin. Ja, das, was auch immer in, ähm, in Energydrinks drin ist. Das soll auch den, den Stoffwechsel anregen. Ja, durch die Insulin. Also, es hat eine Wirkung auf den Insulinspiegel und dadurch wirkt es auch den Stoffwechsel an. Und es soll auch wieder, soll auch wieder, ähm, den, den Pump erhöhen. Also auch wieder eine Blutdruckminderung. Das heißt, auch wieder in irgendeiner Form einen verbesserten Pump. Ja. Ähm, was haben wir noch? Drin Guarana-Extrakt. Guarana ist, äh, eine ähnliche Pflanze wie auch die Kaffeebohne. Das heißt, dort, äh, haben wir es wieder mit Koffein zu tun. Es soll ein bisschen, ähm, ja, über einen längeren Zeitraum, äh, äh, funktionieren, wie zum Beispiel jetzt pures Koffein. Und das ist eben auch wieder für den Fokus, für die Gehirnaktivität da, dass man aktiv ist. Und dann hatten wir noch drin, Beta-Alanin. Ähm, ja, ihr kennt es wahrscheinlich, das, das Supplement, was euch immer das Kribbeln, ähm, hier bewirkt. Aber das ist nicht die einzige Wirkung von Beta-Alanin, sondern, ähm, Beta-Alanin, ähm, ja, ist, bildet quasi Karnosin im Körper. Ja, und Karnosin, ähm, sorgt dafür, dass, ähm, euer pH-Wert nicht zu sauer wird. Das heißt, dass die Muskeln nicht übersäuern, damit die Muskeln nicht ermüden. Das heißt, ihr könnt einfach mehr Wiederholungen machen, von mir aus auch mehr Sätze machen. Auf jeden Fall hat es eine leistungssteigernde Wirkung, jetzt nicht unbedingt auf die Kraft, aber auf die Länge, auf die Wiederholungen, die ihr, ähm, ja, euer Training ausführen könnt. Einfach dadurch, dass der Muskel nicht so schnell übersäuert. Äh, was haben wir noch? Koffein, ja, Koffein, die Wirkung, kennt ihr, ist auch wieder für Energie, für den Fokus, für den Kopf da. Und, ähm, das ist dieser Booster, den er mir geschickt hat. Er hat ordentlich reingepackt, von den, von den Ingredients. Also wirklich 6 Gramm Citrullin, das ist okay. 5 Gramm Arginin, ist okay, ja, hab ich halt einen guten Pump. Aber wo ich mir halt echt Gedanken mache, ist jetzt, Tyrosin, Taurin, Guarana und Koffein. Und das in Mengen, das sind 400 Gramm Milligramm Koffein, 500 Milligramm Guarana. Das ist, als würde ich mir, ähm, sieben oder acht Kaffee rein knallen. Und dafür, oder, oder mehr, äh, ich bin echt gespannt, ob ich gegen die Wand klatsche. Meine Freunde, das ist der Booster, den werde ich mir jetzt in den Shaker mixen. Und dann bekommt ihr noch eine kleine Geschmacksanalyse. Und danach, ähm, ja, sag ich euch, wie die Wirkung war. Und dann schauen wir uns das ganze Ding, mal preis-leistungstechnisch im Vergleich zu anderen Boostern an. Bis dahin, macht's gut. So, Leute, da sind wir wieder. Ich mach mich jetzt gleich auf den Weg ins Training. Und ich hab hier meine Tüte und einen Shaker. Und, ähm, ich kann mir schon vorstellen, wie das hier schmeckt. Weil, für gewöhnlich, wenn man die Rohzutaten zu sich führt von einem, von einem, äh, von einem Booster. Das schmeckt so ziemlich, ja. Boah, es riecht auch schon so ziemlich, wie, boah, extrem. Also, ihr kriegt jetzt hier live die Geschmacksprobe. erst mal nur mit Wasser, meine Freunde. Das heißt, wir nehmen das Ganze jetzt hier. Ich nehm euch einfach mal mit. Ich nehm euch mit auf den Weg des Shakers. So. Ich steh hier mal rein. Da haben wir mal Wasser drauf. Und ich würde euch empfehlen, nicht zu viel zu nehmen. Weil sonst müsst ihr sehr lange an dem Ding trinken. Und das wollen wir bei dem Teil möglichst vermeiden. So. Ein bisschen shaken. Und wenn euch so Sachen zu ekelhaft schmecken, dann nehmt ihr euch irgendeinen Saft oder so. Oder mischt das mit eurem Whey-Protein. Aber für gewöhnlich sind halt in diesen Boostern sehr viele Süßungsmittel drin. Süßungsmittel drin. Damit eben dieser Geschmack überdeckt wird. Denn der Geschmack schmeckt wie? Ja, sieh. Was. So. Oh. Oh. So. Oh. So. So. Nochmal nachspülen, alles rausholen. Es geht sogar, durch das Citrullin schmeckt das Ganze so ein bisschen nach Grapefruit mit irgendwas anderem. Nur mein Shaker schmeckt noch nach vergammeltem Ei. Oh, das ist wirklich ein Pulver, was danach schmeckt. Auf jeden Fall, man kann es trinken. Es geht ja hier auch um die Funktion. Und der Geschmack ist wirklich bitter. Also in diesen gemachten Boostern sind so viele Süßungsmittel, um das zu überdecken. Aber die schauen wir uns später noch an. Ich gehe jetzt ins Training und dann bekommt ihr ein Review zu dem Teil. Bis dann, peace. Hey Leute, was geht? Virtuos & Fitness hier. Und ja, ich hatte gerade mein Training mit dem Booster. Bin gerade davon zurückgekommen. Und Freunde, ich muss euch sagen, ich zeige euch jetzt Ausschnitte davon. Aber jetzt kommt erstmal mein Fazit zuerst. Er knallt übertrieben rein. Ah, fuck, Fuß, ah, Krampf. Oh, sorry. Ich hatte gerade einen extremen Zehkrampf. Also er knallt übertrieben rein. Ich muss aber dazu sagen, es waren 400 oder 500 Gramm, hier habe ich die Liste. Es waren 400 Milligramm Koffein, 500 Milligramm Guarana-Extrakt, 4 Gramm Taurin, 5 Gramm Tyrosin und die Pumpprodukte 5 Gramm, 6 Gramm, also 5 Gramm Arginin, 6 Gramm Citolin, 5 Gramm Peteralanin. Okay, also, ihr werdet es gleich sehen. Ich beurteile jetzt Energie, Fokus. Extrem krass. Aber diese Werte, die jetzt drin waren, jetzt, also die Menge, die entspricht ca. 10 Tassen Kaffee. Okay, also die ist total, an sich, mit 500 Milligramm Guarana und 400 Milligramm Koffein. Also ich habe damit gerechnet, dass ich gleich abreihe. Also ich habe damit gerechnet, dass ich wirklich abreihe. Aber anscheinend, da ich auch selber öfters Kaffee trinke, bin ich das, oder konnte ich das jetzt so gut aufnehmen, dass es mir wirklich einfach nur einen krassen Fokus gegeben hat. Ich war total Matsche in der Birne. Dazu ist natürlich zu sagen, ich bin seit, ich nehme keine Booster und ich erkläre auch gleich warum. Zum Pump, ultra krass. Ich hatte meine Hose an, mit der ich normalerweise öfters Knie beuge, auch auf Wiederholungen. Die ist mir gerissen. Also die hat, ab dem dritten, vierten Satz ist sie gerissen. Ihr werdet das auch sehen, die Beine sind pumped wie sonst was. Also Pump, ultra krass da. Fokus da, Energie da. Auch überhaupt gar kein Limit. Ich hatte keine Schmerzempfindlichkeit mehr. Ich war total Matsche in der Birne. Ich habe da einarmig Kreuzheben gemacht mit dem Hookgrip, was ich normal nie mache. Was ich normal nicht mache. Mein Daumen ist blau. Ich habe es nicht gespürt. Der ist total Matsche jetzt. Beta-Alanin, klar. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, lag am Pump, am Fokus, an der Energie. Ich hätte zehn Reps noch im letzten Satz machen können. Es wäre kein Problem gewesen. Also ich war wirklich total Matsche in der Birne. Dazu ist zu sagen, ich nehme normalerweise keine Booster. Das heißt, ich reagiere auch sehr stark darauf. Dazu ist zu sagen, klar, es war jetzt ein Reset. Also es ist jetzt nicht auch so viel Gewicht für mich. Aber die Wirkung war schon extrem krass. Und der Vorteil ist einfach an selbstgemachten Boostern, das ist ganz klar, ihr könnt selber dosieren. Wenn ihr sagt, ich brauche mehr Koffein, tut ihr mehr Koffein rein. Ich brauche mehr Beta-Alanin. Ich will mehr Agni, ich will mehr Pump, ich will mehr Tyrosin. All die Sachen, das könnt ihr alles selber zusammen mischen. Bei gekauften Boostern seid ihr darauf angewiesen, dass in den Boostern genau das Richtige drin ist. Und das ist einfach der große Vorteil an selbstgemachten Boostern. Und die Wirkung kann genauso krank sein wie von einem Tunnelblick, wie von einem One More Wrap, wie von einem Jack 3D. Solange da keine DMAA oder sonst was für Dinger drin sind. Und das basiert alles auf den gleichen Wirkstoffen. Nur, dass ihr bei dem einen Ding eben den Namen mitbezahlt und eben das reingemische. Und ihr habt das Problem, dass es eventuell nicht richtig dosiert ist für euer Körpergewicht. Das könnt ihr natürlich hier viel besser kontrollieren, dosieren. Ähm, so, jetzt erstmal zum Thema, warum ich persönlich Booster scheiße finde. Klar, ich hatte jetzt ein Ultratraining. Ich hätte euch 220 Kniebäumen gemacht. Ich hätte euch 240, 250 Kreuzheben gemacht. Keine Probleme. Ich hatte kein Schmerzempfinden. Äh, es wäre mir scheißegal gewesen. Ich hätte das erst jetzt oder am Tag danach gemerkt. Mein zentrales Nervensystem hat gefeuert wie sonst was. Ich war da. Ich war nur fokussiert. Ihr seht das. Ich renne da rum. Pam, 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 pam. Augen offen. Ich bin jetzt noch so ein bisschen. Wir haben jetzt 5 Stunden danach. Also ich hatte noch keinen Crash. Ähm, noch keinen krassen Crash. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen, hm, aber ich bin immer noch da. Ihr merkt es. Ich bin immer noch ein bisschen Matsche. Ähm, 5 Stunden nach Einnahme und ich hatte noch keinen Crash. Der wird aber gleich wahrscheinlich kommen oder morgen. Das ist nämlich genau das Ding. Und zwar, erstens, ich konnte jetzt feuern wie ein Tier. Klar, krass. Das heißt, ähm, ich konnte meinen Körper richtig krass überlasten. Das heißt, morgen werde ich Probleme haben, mein Training durchzuführen. Weil ich einfach viel mehr gepowert habe. Ich habe Scheiße gemacht. Ich habe 160 ohne Hände gekniebeut. Ganz am Ende noch. Ihr werdet es gleich sehen. Es wird krank. Ähm, der Nachteil ist aber, dass das zentrale Nervensystem danach richtig im Eimer ist. Klar, ihr habt den Fokus. Ihr könnt feuern in dieser Trainingseinheit. Aber was ist mit morgen? Morgen werde ich im Arsch sein. Vielleicht übermorgen sogar auch noch im Arsch sein. Das heißt, eine geile Trainingseinheit, zwei kaputte Trainingseinheiten. Und der Körper macht es auf Dauer nicht mit, dass ihr immer so am Limit seid. Dass ihr nicht merkt, dass ihr Schmerzen habt oder dass die Gelenke schmerzen. Das merkt ihr nicht, wenn ihr euch zu viel von der Scheiße reinhaut. Und deswegen finde ich, Booster für mein, also fürs Training nicht zu gebrauchen. Für Maximalkrafttests haut euch mal einen Booster rein. Von mir aus. Aber ich finde, im Training an sich hat ein Booster nichts verloren. Auch nicht, wenn ihr müde seid. Wenn ihr schon abhängig von einem Booster seid beim Training, ähm, wo ist dann die Motivation? Oder was motiviert euch noch, wenn ihr einen Booster braucht, um ins Training zu gehen? Das ist Bullshit. Ihr sollt ins Training gehen, weil ihr ins Training gehen wollt. Weil ihr die Motivation habt. Weil ihr ein Ziel habt, ja. Und, ähm, für mich hat ein Booster im Training an sich, äh, nichts zu suchen. Weil ihr überlastet einfach euer zentrales Nervensystem extrem. Das ist eine sehr hohe Belastung für den Körper. Ähm, das Verletzungsrisiko. Ich bin da rumgerannt. Ich hab mich einfach drunter gestellt und Kniebeugen gemacht. Scheißegal, Kniebeugen gemacht. Es war kackegal. Das Verletzungsrisiko war sehr hoch. Und, ähm, man spürt einfach nichts. Wenn man zu viel davon nimmt. Und deswegen finde ich, Booster hat im Training an sich nichts zu tun. Bei Maximalversuchen, um da zu sein, um den Kopf abzuschalten, super, ja. Und, ähm, aber das ist halt meine Meinung dazu. Jetzt natürlich, ähm, kurz die Videoausschnitte. Also das ist mein Ding zu dem Booster. Funktioniert genauso gut wie jeder fertige Booster. Und am Ende gucken wir uns noch an, ähm, wie das Preis-Leistungstechnisch aussieht, wenn man die beiden vergleicht. Also, viel Spaß damit. Und, ähm, wie das ist, wenn man die beiden vergleicht. Komm, 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 komm! Achtung! Scheiße! Untertitelung des ZDF, 2020